Hey! Freut mich, dass du, dass sie, dass du dieses Video schaust? Du oder sie? Das ist die Frage. Ich bin Marco von AuthenticGermanLearning.com und heute reden wir über diese schwierige Frage. Oh mein Gott, das ist so toll! Das ist so geil! Ich klappe! Es fühlt sich einfach richtig toll an hier. Der heutige Schnelltipp ist ein Zitat und mach dir keine Gedanken über die Teile, die du nicht verstehst. Lehne dich zurück und erlaube den Worten, dich zu umspülen wie Musik. Das war ein Zitat von Mathilda von Roald Dahl, das übrigens verfilmt wurde und es ist ein wunderbarer Film. In der deutschen Sprache gibt es zwei Arten, eine andere Person anzusprechen. Entweder du oder sie. Im Französischen haben wir dieselbe Unterscheidung. In der englischen Sprache gibt es diese Unterscheidung nicht bzw. nicht mehr. Wenn es in deiner Sprache auch diese Unterscheidung gibt, dann würdest du du und sie fast immer in denselben Situationen gebrauchen. Allerdings kann es kulturelle Unterschiede geben. Wenn es in deiner Sprache diese Unterscheidung nicht gibt, dann gibt es eventuell Höflichkeitsformen wie Sir und Ma'am im Englischen. Wann benutze ich du und wann benutze ich sie? Das ist die Frage und die Antwort ist ein bisschen kompliziert – so kompliziert, dass es sogar ein Flussdiagramm gibt, um diese Frage zu entscheiden. Ich werde dir einen Link in der Beschreibung geben zu diesem Flussdiagramm. Oft kann man ins Fettnäpfchen treten, also einen Fehler machen, wenn man die falsche Form benutzt. Wenn du Leute duzt, die eigentlich gesiezt werden möchten, dann könnten sie denken, du seist unhöflich. Wenn du Leute siezt, die eigentlich geduzt werden möchten, dann können sie denken, du seist sehr förmlich. Aber keine Sorge, wir Deutschen wissen, wie schwer es ist, die richtige Anredeform zu wählen und deswegen würde jeder Deutsche einem Deutschlerner so einen Fehler schnell verzeihen. Hier sind ein paar Faustregeln. Freunde werden immer geduzt. Je näher du jemandem stehst, desto wahrscheinlicher, dass sie euch duzt. Kinder und Verwandte werden geduzt. Je ungezwungen die Atmosphäre, desto eher duzt man sich. Man duzt sich oft auf Feiern und beim gemeinsamen Sport. Im Internet duzt man sich fast immer. Ihr könnt also mich gerne duzen. Junge Menschen duzen sich fast immer untereinander. Ältere Menschen würde ich erstmal siezen. Menschen, die alternativ aussehen, kannst du ruhig duzen. Mit alternativ meine ich Menschen, die Piercings haben und Tattoos oder ein bisschen hippiemäßig gekleidet sind. Solche Leute ziehen es meistens vor, dass man sie duzt. Auf der Arbeit ist es unterschiedlich. In bestimmten Unternehmen gehört es zur Firmenkultur, dass man sich duzt. In einer Bank hingegen wird man sich wohl siezen. Generell würde ich empfehlen, auf der Arbeit darauf zu warten, bis dir das Du angeboten wird. Polizisten und andere Beamte sollte man besser siezen. Interessanterweise tendieren die Berliner eher dazu, sich zu duzen und die Bayern tendieren dazu, sich zu siezen. Du merkst also, es gibt sehr viele komplizierte Regeln, was das Duzen und das Siezen angeht. Aber mein Ratschlag ist folgender. Mach dir nicht zu viele Gedanken über dieses Thema. Ein Freund von mir duzt jeden und bis jetzt ist es noch nicht schief gelaufen. Und wenn du dir ganz unsicher bist, dann kannst du natürlich jederzeit fragen. Wie gesagt, mich kannst du gerne duzen. Sag ruhig du zu mir und wie immer bis morgen. Tschüss! Eine kleine Bitte zum Schluss. Kaufst du manchmal bei Amazon? Dann würde es mir sehr viel helfen, wenn du vor deinem Einkauf die folgende URL besuchst. AuthenticGermanLearning.com-Amazon Dann wirst du zu deinem Amazon-Laden weitergeleitet und kannst dort wie immer die Dinge kaufen, die du benötigst. Und ein kleiner Prozentteil von dem, was Amazon verdient, kommt mir zugute. Aber das Gute ist, du brauchst nicht einen Cent mehr zu bezahlen. Ist das nicht praktisch? Du machst alles so wie immer, kaufst wie gewohnt bei Amazon. Aber wenn du den Link vorher besuchst, dann werde ich und wird dieses Projekt ein bisschen unterstützt. AuthenticGermanLearning.com-Amazon Vielen Dank! Tschüss und bis morgen! Bis zum nächsten Mal!